Der Freitag stand beim Kona Mountainbike Festival Surfhouse Fisladis Rookies ganz im Zeichen des Trainings. Zuerst ging es für die jungen Rider zur Startnummernausgabe. Danach standen die Downhillstrecke und der Slopestyle Parcours für das freie Training offen. Mehr als 250 Starter aus rund 20 Nationen starten bei unterschiedlichsten Disziplinen im Rahmen des Mountainbike Festivals in Surfhouse Fisladis. Also ich bin Simon Lammersen, ich komme aus Paderborn. Ich gucke mal hier, was so bei der Strecke geht. Ich bin 13 Jahre alt, komme aus Saalbach-Hinterklem, bin letztes Jahr schon beim ganzen Aixs Rookies Cup mitgefahren und habe den Gesamtcup gewonnen und freue mich schon auf das Rennen hier. Ja, mein Name ist Anja Funke, ich wohne in Dortmund, habe mit dem Fahrradfahren in Berlin angefangen, starte hier in der Frauenklasse und bin noch kein einziges mal runtergefahren. Die schwarze Strecke mache ich total gerne, die rote mit den Sprüngen, ja, total cool hier. Und Bumptrack, das Beste hier daran ist, dass es auch einen Bumptrack gibt. Ich will mein Bestes geben und hoffe, dass was Gescheites rauskommt. Die Strecke sind großartig, viel besser als sie in England sind, also viel länger als sie in England sind. Mega, also richtig cool. Am frühen Abend wurde es dann bei der Pumptrack Challenge erstmals ernst. Bei diesem Rennen gilt es, den Randkurs, der mit Sprüngen, Steilkurven und Wellen gespickt ist, möglichst ohne zu treten, allein durch Hochziehen und Niederdrücken des Lenkers zu bewältigen. Die Rider treten paarweise gegeneinander an. Sonst bin ich nie in den Bumptrack oder dem Mix Erster geworden und jetzt freut es mich so sehr, hier auf der Bühne zu stehen und den ersten Platz zu haben. Ich freue mich schon auf das nächste Rennen morgen. Es wird super geil. Heute war es total Hammer. Ich freue mich auf den ersten Platz und hoffentlich hole ich noch weitere Siege. Heute war auf jeden Fall das Erste, wo ich gewonnen habe, aber ich bin schon selber so zu Hause am Bumptrack gefahren. Ja, ich finde es super, dass es mit so Jugendlichen gemacht wird nur und das ist schon eine Hilfe, dass man so reinkommt in den ganzen Contest und so. Ich finde es super.